Hey, wir sind Mirko und Verena von von Held und Gestalten und wir sind ja dafür bekannt, dass wir viel Kreativität, Inspiration, cooles Zeug verbreiten. Heute nicht. Heute wollen wir auch mal Haltung zeigen zu einem Thema, das uns sehr, sehr wichtig ist. Leider werden immer noch nicht alle Menschen gleich behandelt. Nicht jeder hat dieses Sicherheitsnetz, wie wir es hier haben in unserer Region. Und wir haben in Deutschland immer noch ein Rassismusproblem. Deshalb wollen wir dafür eintreten, für eine offene Gesellschaft. Wir wollen uns für mehr Menschlichkeit einsetzen, denn es gibt nur diese eine menschliche Rasse und dafür ganz, ganz viel Vielfalt. Sexualität, Hautfarbe, Religion, das alles macht unser Leben bunt, vielfältiger, spannender. Und uns ist wichtig, dass wir genau dafür einstehen, für die Gleichstellung, für die Diversität und für ganz viel Menschlichkeit. Genau deshalb wollen wir auch ein klares Statement setzen, ein Zeichen setzen und wollen auch nicht mehr ruhig im Hintergrund nur unsere Arbeit machen, sondern auch wirklich laut nach draußen das Tragen. Wir haben nämlich gerade das Gefühl, dass eher das Negative lauter und präsenter wird und deshalb wollen wir hier auch positiv entgegenhalten. Genau, deswegen wollen wir nicht schweigen, sondern auch lauter werden und Stellung beziehen und einfach auch Haltung zeigen. Genau, wir haben ein Shirt entwickelt für uns mit einem klaren Statement drauf, One Blood, One Human Race und das wollen wir zur Verfügung stellen. Genau und immer wenn wir das tragen, dann erinnern wir uns daran, dass wir alle eins sind, dass wir alle miteinander verbunden sind und dass wir auch füreinander da sind. Genau, es ist eine sehr limitierte Edition von 100 Stück, die wir zum Erwerb anbieten. Der komplette Erlös wollen wir spenden an STELP, die Stuttgarter Hilfsorganisation, die wir von Anfang an schon unterstützt haben und ihr könnt es erwerben auf unserer Homepage und könnt hier ein Teil sein und auch dieses Statement weitertragen. Wir freuen uns, wenn ihr dabei seid. Danke euch für eure Unterstützung. Ja, One Blood, One Human Race. Es gibt eine sehr gute Zeit. Bis zum nächsten Mal. Ich weil euch die neueане, die wir hier befreitzen sind in einem guten Tag, dass wir uns dann und ganz einfachen مسperren haben und ihr davon aus ihr getrt haben. Los geht es euch um jeden Tag. Bis zum nächsten Mal. Alle zwei zwei. Bis zum nächsten Mal.